Hallo aus San Francisco. Heute ist schon leider unser letzter voller Tag hier. Ich habe das Intro, drehe ich jetzt ein bisschen spät zu diesem Vlog. Wir haben also schon einiges gemacht und werden auch noch ein bisschen was machen. Was das alles ist, was wir also schon gemacht haben und was wir noch machen werden, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.